so jetzt ist 14.01 ich denke jetzt ist zeit loszulegen ich grüße euch das ist das erste AMA oder AMA oder ask me anything mit professor grust hier zur informatik 2 ich grüße euch das ist etwas was wir in dem letzten semester in der informatik 1 auch durchgeführt haben alle zwei wochen uns hier in so einem zoom chat irgendwie zusammengefunden um wie the state of the union sozusagen wie steht es gerade in der veranstaltung wie steht es organisatorisch und auch vielleicht meinetwegen von den inhalten her und wie steht es mit dem übungsbetrieb vielleicht mit dem prüfungsbetrieb der dazu gehört wie steht es mit den fragen ihr habt einfach einen weiteren kanal zu schalten in dem wir irgendwie so ein bisschen uns connecten können und so weiter es gibt so wenig kanäle davon forum ist super discord ist auch cool aber es ist dann doch irgendwie alles immer sehr sehr indirekt über text chat und so weiter hier kommen wir mal so ein bisschen über audio und kamera und wie eine connection aufbauen ich habe mir den chris mitgebracht einen von den mitarbeitern hier im chat da oben sehe ich ihn gerade in dem kontrollfenster von zoom der beobachtet den zoom chat hier und wenn ihr fragen habt dann würde ich euch bitten nicht einfach euer mikro anzuschalten und hier irgendwie in die runde der 50 oder 60 zu sprechen sondern in dem zoom chat irgendwie kurz zu skizzieren was eure frage ist der chris leitet die mir weiter und dann kann ich mich entsprechend darum kümmern und versuchen die zu beantworten nach besten wissen und gewissen mal schauen wie weit ich eure fragen beantworten kann wenn es überhaupt fragen gibt wenn es keine fragen gibt dann werde ich jetzt nur kurz fünf minuten darüber erzählen wie der state of the union der zustand der informatik 2 ist und da machen wir den deckel drauf wir gehen allen kaffee trinken und gehen raus in die sonne ok also erst mal willkommen an alle ja willkommen vor allem auch an erstsemester ich weiß nicht wie viele erstsemester sich jetzt zugeschaltet haben das ist zwar die informatik 2 aber von der seite sind uns einfänger im sommersemester wieder zu kommen herzlichen herzlich willkommen herrschen glückwünsche herzlich willkommen an euch alle wir sind euch durchaus bewusst dass wir hier eine mischung von kommilitonen dabei haben die die informatik 1 schon durchgemacht haben und schon grundlegende skills aufgesammelt haben in der programmierung und leute wie ihr leute wie die die erstsemester sommeranfänger ja die vielleicht potenziell noch genau null code geschrieben haben wir müssen einen kleinen spagat machen um die erste gruppe nicht zu langweilen und euch zweite irgendwie auf speed zu bringen und euch mit ins boot zu holen das betrifft vor allem die ersten wochen und ich hoffe mal wir kriegen den spagat irgendwie hin falls es nicht funktionieren sollte und wir entweder die informatik 1 langweilen oder die sommer einen seiten einsteiger an der stelle überfordern bitte entsprechend signal geben im forum im discord und so weiter sagen hey ich bin erstsemester habt ihr eigentlich nur alle tassen im schrank ich verstehe nichts von dem was ihr macht ihr geht ja ohne ende auf informatik 1 grundlagen zurück falls wir das unbewusst und ungewollt machen gebt uns bitte an der stelle bescheid das wäre sehr 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 hilfreich ok ja ich habe mir so ein paar notizen hier gemacht darum gucke ich manchmal in der kamera so ein bisschen nach links so offscreen habe ich mir ein paar tweets mitgebracht möchte ich nicht vergesse was ich zu erzählen habe weil ich mir in den letzten acht tagen fast einen leberschaden angetrunken habe weil ich versprochen habe jedes mal wenn jemand die frage stellt mensch wenn ich ein kompiliertes programm vor mir habe und ich versuche berzinger auszuführen in meiner shell damit komme ich da eine komische fehlermeldung dass irgendwelche libraries nicht gefunden werden oder was weiß ich was ist denn da los der grust kann das in seinen videos auch machen ja ok diese frage ist glaube ich inzwischen 40 50 oder 80 mal gestellt worden sie ist inzwischen 40 50 oder 80 mal beantwortet worden die antwort darauf ist immer das gleiche ich kann zwar dieses punkt slash hier in meinen videos benutzen weil ich einen anderen setup habe von cc0 als ihr da draußen ihr müsst execk c0 c0 und dann hier das entsprechende den entsprechenden programm namen wie angeben bitte nicht execk c0 basinger punkt c0 das ist das c0 quelltex file das kann man nicht ausführen was man ausführen kann ist das binäre kompilierte fall das hier also wenn ich mit dem ding daher komme kommt ihr bitte mit dem ding daher okay das macht in eure docker basierten umgebung genau die gleiche geschichte und bitte bitte stellt diese fragen nicht mehr sozusagen wenn ich tatsächlich jedes mal ein bier getrunken hätte würde ich hier zicke zacke voll sitzen und würde wie nichts mehr zu sein stande kriegen okay ich danke euch bitte benutzt execk c0 da steht im forum inzwischen 20 mal in den tutorials install anleitung hat schon immer gestanden ich weiß ihr lest die dinger immer nur zur hälfte das ist einfach unser schicksal hier sozusagen execk c0 it is okay alles klar hervorragend so wir stecken jetzt irgendwie so langsam versuchen wir in den rhythmus der vorlesung und wir rein zu kommen das hier ist ja eigentlich schon die zweite woche wir sind gerade dabei hier an dem nächsten übungsplatz zu arbeiten ihr arbeitet gerade an übungsblatt 0 am mittwoch das ist morgen morgen am nachmittag kommt das übungsblatt 1 nachdem ihr morgen um 14 uhr zu der strikten deadline lösungen zu übungsblatt 0 eingereicht habt ich weiß dass die lösungen zu übungsblatt 0 mega trivial sind und das ist irgendwie nur vier oder fünf zeilen code sind das ist genauso gewollt uns geht es nur darum dass sie eure c0 umgebung und wir ans fliegen bekommt ja ich denke mal das dürfte jetzt bei 95 prozent der kollegen kollegen da draußen so sein genau das wollten wir an der stelle erreichen ich kann euch versprechen ab üb 1 findet auch interessant inhaltlich was statt ich habe schon fragen halten wie das kann ja wohl die universitätsniveau sein dass ich einen print line absetzen muss korrekt das universitätsniveau das werden wir so langsam an euch heran führen sozusagen und ich kann euch versprechen dass im rahmen des semesters hier noch jeder zu seinem recht kommen wird und ab und zu mal spitzen darf über den aufgaben es ist so dass auf den dass die aufgaben zettel aufgaben beinhalten werden teilweise wo man denkt das kann doch nicht wahr sein um die aufgabe zu lösen müsste ich jetzt was weiß ich mich hier die rein vertiefen und ohne ende programmiert knuff auf irgendwie auf den tisch legen das habe ich noch nicht das ist bei design so ab und zu wird euch eine aufgabe irgendwie unterkommen an der sagt hey der arbeitsaufwand das das kann ich einfach nicht leisten ich kann das zu diesem zeitpunkt nicht mit vertretbaren aufwand lösen das ist das ist kommt wird sehr sehr selten vorkommen ja wir wollen bloß hier an der stelle auch mal ausloten wie weit wir euch irgendwie stressen können keiner muss 100 prozent der punkte in diesen aufgabenblättern erreichen wir haben entsprechende festlegungen gemacht die sagen hey 60 prozent der punkte das wäre korrekt um durch diese vorlesung irgendwie durchzukommen die erfahrung zeigt die meisten von euch sammeln 90 prozent 92 95 98 prozent der punkte mal schauen ob das diesmal wieder so sein wird lasst euch also nicht ins bockshorn jagen wenn ihr mal auf eine aufgabe trefft ihr nicht sofort lösen könnt wie wird der rhythmus sein ja immer montags also jetzt gestern war montag this is a knowledge bomb also gestern war montag da habe ich wieder videos auf youtube hochgeladen ungefähr sechs stück pro woche wer durch irgendwie sechs oder sieben videos bitte nagel mich nicht darauf fest treffen die ihr dann euch antun könnt vorher auch am montag werden wir schon eine entsprechende ankündigung machen das kommende übungsblatt wird sich auf die folgenden inhalte und damit auf die folgenden videos beziehen ist ein cooler hinweis an euch bis zu dem montag nachmittag wenn das neue übungsblatt kommt sich mindestens die entsprechenden videos vielleicht eingetan zu haben dann seid ihr super vorbereitet um irgendwie gleich in die bearbeitung dieses übungsblatts irgendwie einzutauchen bitte steht die bearbeitung des übungsblatts nicht irgendwie hinters wochenende wochenende ist okay wenn er ist wenn das in eure zeitbahnung reinpasst bitte schiebt es nicht irgendwie auf den montagabend oder am besten auf dienstagnachmittag oder dienstagabend oder mittwochmorgen um drei uhr alles schon gehabt die diskussion auf discord sozusagen das führt zum mega stress und natürlich zu lösungen die qualität wie fragwürdig sind wir sehen ihr werdet sehen dass die fragedichte am dienstagabend und am mittwoch im forum dennoch irgendwie zunehmen wird ich weiß dass man kurz vor deadlines anfängt ordentlich zu rotieren das wird auch dieses mal nicht anders sein bloß versucht es vielleicht irgendwie so ein bisschen über die woche ein bisschen besser zu verteilen das wäre eine coole sache was wir auch über die woche verteilt haben ist der sogenannte helpdesk okay also am mittwoch jetzt morgen wird das nächste übungsblatt ausgegeben am donnerstag danach also eigentlich ziemlich direkt nach der ausgabe startet das erste mal der helpdesk eine neue einrichtung gab es im letzten semester noch nicht neu beheimatet auf discord da wird es drei oder vier tutoren geben die für mehrere stunden ab nachmittag 16 uhr für euch zur ansprache bereit sind die mit euch auch gerne voice chat machen um spezielle programmier probleme zu lösen bitte nutzt das nicht um backslash bersinger versus exaktion als bersinger zu zu klären das müsste inzwischen klar sein sondern versucht vielleicht inhaltliche probleme zu 10 0 oder dem aktuellen übungsblatt zu besprechen so ein helpdesk gibt es am donnerstag so ein helpdesk gibt es auch noch mal am montag haben wir extra nicht irgendwie an dem dienstag eingerichtet damit er das chaos und die panik ausbricht morgen muss ich abgeben sondern am donnerstag und am montag jeweils 16 bis 20 uhr im discord gibt es entsprechende helpdesk informationen dazu finden sich auch im faq der informatik 2 im forum okay wie sieht es aus mit tutorien wir hatten präsenz tutoren geplant präsenz tutoren können aufgrund der pandemielage und der bundesnotbremse also der änderung des infektionsschutzgesetzes nicht stattfinden es wird erstmal keine präsenz tutoren geben jetzt in den kommenden wochen ich schätze mal mindestens bis in den juni hinein ich kann es nicht genau sagen wir werden natürlich immer mit der uni in austausch bleiben sobald die uni sagt was was präsenz tutoren unter folgenden hygienebedingungen können durchgeführt werden da sind wir die ersten die wieder auf diesen zug aufspringen jetzt mussten wir diesen zug erstmal stoppen alle präsenz tutoren sind aus dem kalender entfernt worden sie werden ersetzt durch zwei oder drei zusätzliche online tutoren die wir wahrscheinlich so am donnerstag freitag mal gucken vielleicht auch in einem anderen tag der woche platzieren die werden wir natürlich im kalender eintragen teilnahme an den online tutoren ist vollkommen flexibel wenn ihr euch bisher für irgendein präsenz tutoren angemeldet habt don't care ihr könnt jetzt einfach ohne weitere anmeldungen in eins der online tutoren die auch discord basiert stattfinden wie reinschauen ihr könnt auch ihr könnt 0 1 2 3 tutoren über die woche besuchen gerade wie es euch in euren stundenplan reinpasst wird euch in die woche reinpasst welchen unterstützungsgrad ihr für euch seht zurzeit völlig flexibel handhabbar die tutoren und die online tutoren die wir irgendwie ausgeguckt haben die freuen sich schon darauf euch zu helfen die meisten für euch kennen das format auch schon okay was wir noch sagen klausur oft wird gefragt ich schreibe eine klausur ja oder nein hey wenn ich es bloß sagen könnte wir können es noch nicht sagen wir werden uns committen zu einer klausur oder nicht klausur prüfung im rahmen der informatik 2 spätestens ende juni vielleicht früher spätestens ende juni mindestens ein monat bevor das ganze ding steigen würde wenn eine klausur steigen würde konjunktiv 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 dann würde sie starten am dienstag den 27 juli aller voraussicht nach ok aber zurzeit ist keine klausur für durch uns geplant zurzeit gehen wir davon aus dass wir eure leistungen durch einzelabgabe in den übungsblättern in den wöchentlichen übungsblättern bewerten werden genau der gleiche modus der auch stattgefunden hat in der letzten informatik 1 wir müssen davon ausgehen dass wir keine klausur in präsenz schreiben wollen oder dürfen ok daher bearbeitung der übungsblätter der wöchentlichen in einzelarbeit weil wir auf der grundlage von individualer leistungen bewerten müssen die bewertung von teams sagt wurde dieses dreierteam die bekommen alle nur 27 sowas gibt es laut prüfungsordnung nicht ok darum bearbeitung der übungsblätter in einzelarbeit absolut keine team bildung wir ziehen das strikt durch gab entsprechend ärger in der informatik 1 wir wollen das ganze nicht irgendwie wieder irgendwie haben hier in der informatik 2 bitte haltet euch dran ok so jetzt gucke ich meine schlaue notizen liste an hier einen größeren block habe ich noch der dreht sich um die übungsblätter die ausgabe und die abgabe zu den übungsblättern ok immer am mittwoch immer mittwoch posten wir ein neues übungsblatt wo findet man das neue übungsblatt das findet man im forum man könnte also den web browser hier aufmachen wo habe ich habe ich meinen web browser hier ich kann immer rüber holen auf meinem bildschirm hier hier ist mein web browser ok und da habe ich schon das forum irgendwie aufgemacht und ja ihr seht schon es gibt so kategorien hier davon seht ihr zurzeit irgendwie nur ein teil davon die übungsblatt 0 kategorie und die übungsblatt 1 kategorie die könnt ihr zurzeit schon sehen übungsblätter landen im forum hier in der übungsblatt 1 kategorie da wird sich hier in diesem posting oder darunter vielleicht da wird sich am mittwochnachmittag morgen nachmittag das nächste übungsblatt einfinden ihr seht jetzt schon jetzt informationen dazu da welche videos relevant sind das wird sich dann hier in der stelle entsprechend einfinden hier findet sich das eigentliche übungsblatt ein hier kann sich auch diskussion zu dem entsprechenden übungsblatt irgendwie einfinden ok das ist genau der richtige platz hier der thread unter dem übungsblatt 1 dort wird sich das ganze irgendwie abspielen nächste woche dann übungsblatt 2 übernächste übungsblatt 3 wir haben versucht das ein bisschen stärker zu kategorisieren und so ein bisschen stärker zu strukturieren weil ihr uns in dem letzten semester feedback dazu gegeben habt dass das forum aufgrund des volumens der postings irgendwann unübersichtlich wird und natürlich habt ihr recht man kann sich mit der suchfunktion die bitte nicht vergessen im forum super orientieren aber klar wenn das volumen zu hoch wird dann wird es challenging und darum ein bisschen mehr struktur im forum ich hoffe das hilft uns an der stelle alles klar das war das es wird auch im disco channel pro übungsblatt ein entsprechenden diskussionskanal geben ihr seht den übungsblatt null kanal schon ihr könnt euch schon denken dass es ihr könnt euch schon denken dass es eine entsprechende übungsblatt 1 channel geben wird und zwar ab morgen dann werden wir den übungsblatt null channel der dann seinen dienst getan hat danke übungsblatt null channel den werden wir dann auf read only schalten okay so dass wir die entsprechende diskussion tatsächlich fokussieren und kanalisieren in dem entsprechenden übungsblatt channel der gerade aktuell ist okay warum ich euch bitten muss weder im forum noch im discord ausschnitte aus eurem code zu posten aber ich habe hier die folgende funktion ich glaube die ist fast richtig hier in diesen zwei drei zahlen müssen fehler drin sein guckt doch bitte mal auf meinen code fragment oder auf meinen screenshot no go weil das ein entsprechende disclosure einer teillösung eures übungsblatt ist würde dem entsprechenden prinzip versprechen widersprechen dass wir hier in einzelleistungen wir operieren müssen okay das ist etwas was leider überhaupt nicht funktioniert sollten wir das sehen haben wir teilweise ganz ganz wenig jetzt schon gesehen sozusagen werden wir die dinger entfernen wer das wie öfter macht dem haben wir so ordentlich auf die finger dass er aus dem übungsbetrieb heraus fliegt alles klar wie sieht es aus mit der abgabe zu den aufgaben die abgabe zu den aufgaben das werden immer nur plaintext files sein immer nur dot c0 c source files manchmal auch ein punkt txt plaintext file indem wir von euch irgendwie prosa verlangen keine angst keine romane sondern oft irgendwie in drei vier zeilen kurze erläuterungen zu dem was hier zu den aufgaben zu sagen hat es werden aber immer plaintext files sein okay wir werden niemals von euch pdfs und wir werden niemals von euch ms word files oder doc files oder irgendwie sowas entgegennehmen gibt es kategorisch nicht werden kategorisch von den tutoren nicht angeschaut nicht bewertet usw plaintext rules nehmt euren lieblings text editor her sei es vs code sei es vim sei es emax sei sublime text benutzt euren lieblings oder notepad benutzt euren lieblings text editor und reicht damit die entsprechenden die entsprechenden lösungen ein und zwar bis mittwochs um 14 uhr einreichung der lösungen mittwochs um 14 uhr auf infomark okay ausgabe der lösungsblätter im forum pdfs runterladen bearbeiten hochladen eurer lösungen in form eines zip files auf infomark okay infomark ist die plattform auf der die einreichungen stattfinden infomark ist inzwischen von uns so eingerichtet worden dass überhaupt gar nichts anderes als zip files mehr angenommen wird in den zip files kann sich was weiß ich verstecken ja wir packen darum eure zip files beim hochladen aus gucken rein ob sich genau die files drin befinden aber genau die files in der richtigen benennung die wir an der stelle erwartet haben sollten sich weniger falls drin finden sollten sich mehr falls drin finden sollten sich anders benannte falls und finden wird das entsprechende zip file mit einer fehlermeldung zurückgewiesen diese zip files bekommen die tutoren noch nicht mal zu gesicht okay erwartet nicht dass wir irgendwie linien sind und sagen oh gott ich habe jetzt hier wie noch andere falzen zugepackt oder hier fehlt was ich habe das umbenannt und so weiter solche files bekommen die tutoren überhaupt gar nicht zu gesicht warum so strikt weil ihr ungefähr 650 da draußen seid unsere tutoren mega overworked sein werden und wir denen das leben so homogen und so einfach machen müssen wie es nur irgendwie geht jeder einzelne jeder einzelne von euch kann minimal dazu beitragen files richtig zu benennen und die richtigen files zu verbieten nicht weniger und nicht mehr damit dort wo sich die arbeit richtig aufschaut und aufsammelt auf der tutoren seite das ding wenigstens ein bisschen einfacher und erträglicher wird okay darum ein ungeheuer strikter test bei entsprechenden meldungen bekommen die tutoren die ganze geschichte noch nicht mal zu sehen okay bitte reicht zu der recht vor der deadline die harte deadline am mittwoch um 14 uhr reicht vorher ein bitte setzt euch nicht um 13.59 hin und fangt an irgendwie in euren in euren browsern zip files irgendwie hochzuladen ihr könnt euch denken dass einige von den vielen hundert kommilitonen genau das gleiche zu dem zeitpunkt probieren werden man kann davon ausgehen dass sich ordentlich stau und congestion einstellt im infomarkt server technische probleme auf die ihr dann mit denen ihr dann rechnen müsst die würden auf eure kappe gehen an der stelle alles klar macht euch irgendwie ein entsprechendes zeitfenster das bitte nicht drei minuten vor der deadline liegt reicht eure klamotten vorher ein ihr könnt sowieso jetzt froh vor früh einreichen und wenn euch noch bugs in eurem code oder sowas auffallen die später mit aktuellen lösungen überschreiben wir aktiviert bewerten nur eure letzten submissions okay also bitte nicht auf den letzten drücker warten einreichungen 14 01 sind so als ob sie erst am mittwoch abend gekommen wären wir müssen irgendwo eine harte deadline ziehen wir werden die deadline nicht weich machen wer am 14 01 einreicht hat verloren für die woche punkt keine ausnahmen ich weiß jetzt schon dass die entsprechenden e mails von der seite reinkommen wird aber bei mir ist aber no way alles klar ein zip file wird es pro aufgabe geben auf so einem übungsblatt wird es normalerweise mehrere aufgaben geben vielleicht vier vielleicht fünf glaube ich auf dem nächsten übel 1 pro aufgabe wird ein zip file hochgeladen kann gut mal sein dass zu einer lösung eine aufgabe zwei oder drei oder mehr files zu finden sind die finden sich dann diesen zip file pro übungsblatt könnten es dann also vier oder fünf zip files werden nicht das war ich an der stelle wundert dort so jetzt gucke ich hier in meine schlaues dokument und ich denke da sind überall virtuelle kleine grüne haken so weil ich das nämlich alles vorgesungen habe hier ich denke damit ist der part hier beendet hat auch 20 minuten gedauert ist lang genug ich schaue mal rüber in meinen entsprechenden chat hier und schaue was mir der chris hinterlassen hat eine frage von emir lautet wird es eine nachklausur geben und die antwort lautet wahrscheinlich nicht ziemlich wahrscheinlich nicht weil wir nämlich noch nicht meine klausur schreiben werden okay geht davon aus dass wir keine klausur schreiben wenn es keine klausur gibt gibt es auch keine nachklausur wenn die bewertung eurer leistung über die wöchentlichen übungsblätter stattfinden dann gibt es keine klausur und keine nachklausur dann gibt es eine bewertung aufgrund eurer individualen übungsleistungen und damit hat sich das thema nachklausur erledigt sollten wir eine klausur schreiben ja dicke klammern drumherum mindestens so viel klammern wie in record code ja sollten wir eine klausur schreiben dann gibt es auch eine nachklausur so kurz schauen hier tristan fragt gibt es programmiersprachen ohne modulare arithmetik also sprachen in denen option 1 angewandt werden muss okay option 1 waren wird das da geht es hier um arithmetik und um ja die möglichkeit dass arithmetische operationen mich aus dem darstellbaren zahlen bereich und wir rausführen werden gibt es programmiersprachen da draußen die mir zur laufzeit ja zur leitzeit auf die finger klopfen auf die finger klopfen und sagen hey du hast hier den 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 entsprechenden darsteller an zahlen bereich verlassen und ich werde zur laufzeit dein programmier an der stelle abbrechen das ist genau das was nicht stattfindet in der programmiersprache 10 0 das ist auch genau das was normalerweise nicht stattfindet in der programmiersprache c es gibt da draußen tatsächlich programmiersprachen die euch je nachdem die option geben an der stelle irgendwie auf die finger zu klopfen wenn ihr den entsprechenden darstellbaren zahlen bereich verlasst das findet man normalerweise bei operationen die sich mit real zahlen also mit floating point values und sowas irgendwie realisieren lassen da gibt es in den selbst im modernen c compiler entsprechende compiler switches die euch an der stelle auf die finger klopfen mit entsprechenden kosten zur laufzeit weil nämlich vor der arithmetischen operationen extra check ausgeführt wird ob sich diese entsprechende operation aus dem gültigkeits bereich verlässt es gibt eine ganze menge programmiersprachen die das per default machen sql ist so eine programmiersprache die wird euch an der stelle mit den entsprechenden kosten auf die finger klopfen und euch den entsprechenden zahlen bereichen nicht verlassen lassen ok es gibt eine option 3 ich weiß nicht ob ich die in den videos überhaupt über erwähnt habe das sind die sprachen die sogenannte big numm implementationen haben die sagen es ist einfach nicht convenient dass dieser bereich der darstellbaren zahlen überhaupt irgendwie verlassen werden darf ich allokiere ich belege mehr speicherplatz für zahlen die größer werden weniger speicherplatz hoffentlich für kleine zahlen richtig deutlich unter umständen deutlich größeren speicherplatz wenn ich sehr der große zahlen darzustellen habe das sind die big numms oder big ins die in ihrer bit darstellung variabel viel platz irgendwie einnehmen und ihr könnt euch denken dass solche arithmetischen operationen dann nicht mehr durch eine cpu oder maschinen zu tun implementiert werden können sondern durch ganze big namen algorithmen die dann sowas wie division exponentiation addition und so weiter auf diesen variabel breiten zahlen darstellung implementieren das ist deutlich ineffizienter als die realisierung von arithmetik mit hilfe von einfachen maschinen instruktionen aber klar in racket haben wir die option 3 vorliegen gehabt und in racket konnten wir die fakultät von 10.000 ausrechnen der entsprechende zahlen string war dann bloß entsprechend größer ok das ist eine gute frage wie kann man also lutz fragt wie kann man in der coin rappel ok in der hier hier coin da ist sie wie kann man in der coin rappel den zuletzt eingegebenen befehlen nochmal aufrufen pfeil nach oben funktioniert bei mir nicht bei mir schon ok warum ist das so und warum funktioniert das wahrscheinlich bei euch nicht weil ich um mein coin herum um mein coin herum ein anderes kommando gewickelt habe ein anderes kommando gewickelt habe das nennt sich rl rap ok und rl steht für read line das ist eine bibliothek die ihre richtig coole sehr sehr advanced technologie und funktionalität verfügung stellt um von der kommando zeile wie es hier als so eine rappel coin kommando zeile ist eingaben zu lesen mit der entsprechenden funktionalität sowas wie history zu haben mit cursor tasten alte ausgaben und so weiter wieder zu zu aktivieren und so weiter das steckt alles in rl rap drin und rl rap lass mich das hier oben mal darstellen bazinger und punkt slash gehen weg genau rl rap ist wie folgt aufzurufen rl rap hier an der stelle und hier kommt irgendein kommando hin das kommando könnte zum beispiel coin sein ok wenn das kommando hier eine rappel zur verfügung stellt oder irgendwie interaktives io in eurem terminal das keine history und wie zur verfügung stellt dann gibt rl rap command also rl rap um das kommando drum herum gewickelt sozusagen euch magischerweise eine rappel in die hand die auf einmal history und so weiter unterstützt also könnte hier unten rl rap sorry rl rap coin aufrufen und ab jetzt ab jetzt habe ich einen entsprechenden coin interpreter der auf einmal cursor hoch cursor runter und was weiß ich auch suche in der history und sowas unterstützt ok mal guckt auf eurem system einfach mal ob ihr rl rap entsprechend schon implementiert installiert entschuldigung ich könnte mal hier rl rap minus help aufrufen dann seht ihr wenn ihr eine entsprechende entsprechende informationen darüber bekommt wie rl rap irgendwie funktioniert und so da habt ihr das ding installiert ich schätze mal dass die installation von rl rap auf ubuntu was weiß ich ein einzelner ist ich bin kein richtiger ubuntu user sudo apt install rl rap oder sowas wir werden die entsprechenden die entsprechenden command das dazu wie mein rl rap installiert die werden wir mal ins forum kippen würde ich sagen das ist eine super frage gewesen für die usability von coin absolut essential ich wollte das eigentlich auch schon mal irgendwie ins forum kippen habe es vergessen vielen dank lutz für die frage dazu so lukas fragt wie kann denn gesagt werden dass das wild konstrukt ein statement ist da muss doch zu beginnen prädikat ausgewertet werden und innerhalb des bodies innerhalb des blogs von rl da kann es auch aus zur auswertung von mehreren ausdrücken kommen das ist sowieso allgemein so was aber der ausführung von statements dass es dabei zu der ausführung von ausdrücken kommt hier ist ein ganz einfaches statement das ist auf jeden fall ein statement das hat nämlich einen seiten effekt auf den inhalt der variablen x aber na klar bevor ich dieses statement ausführen kann kommt es natürlich zur auswertung eines ausdrucks ok und damit damit ist das hier wird so 42 ausgewertet damit ist natürlich ausdruck als wertung passiert aber das wesen das wesen dieses zuweisungsstatements ist den seiten effekt auf den inhalt der variablen x auszulösen das ist das grundlegende wesen dieses zuweisungsstatements ok klar und bei dem blog ist das nicht anders bei einem blog findet natürlich hier eine entsprechende auswertung des prädikates statt und dann kommt hier ein fetter blog in dem blog werde ich weiter ausdrücke auswerten zum beispiel hier dieses x plus 1 und so weiter das ist alles schön und gut aber das sind alles ausdrucks auswertungen die nicht das wesen dieses konstrukt ausmachen das wesen des weil konstruktes ist den blog hier diesen blog den ich jetzt orange markiere mehrfach zur ausführung zu bringen etwas zur ausführung zu bringen ist inneren statement basiert inneren seiten effekt behaftet ok die effekte des weil statements ergeben sich aus der akkumulation der ganzen effekte aller durchgänge hier durch den orange markierten blog deswegen führe ich das weil statement aus ich führe das weil statement nicht aus um einen wert zu berechnen wäre weil ein ein ausdruck dann könnte ich mir vielleicht vorstellen dass ich ihn sowieso benutzen könnte hier kommt der kommt ein entsprechendes weil zur ausführung und so weiter und am ende wird dann ein wert berechnet den ich hier zum beispiel an der variablen wie zuweisen kann das ding hier was jetzt rot mal orange markiert das hat keinen wert ausdrücke haben einen wert ok und statements haben den effekt und das weil ding hier das orange markierte hat keinen wert ist berechnet mehrere werte um seinen job zu tun aber es hat selber keinen wert das ist ein statement und kein ausdruck auch eine super frage nils fragt nils mit e thorsten ohne h nils mit ee fragt bekommt man eine fehlermeldung wenn das fall innerhalb von zip falsch benannt wurde jubert wenn wir ich glaube wie dass das fall dass wir jetzt gerade irgendwie von euch irgendwie einsammeln das heißt kontrollsequenz punkt 10 0 wir mussten und wir uns glaube ich noch unter den kopf machen ob wir euch englische oder deutsche feilnamen bezeichnen kontrollsequenz oder kontrollsequenz und wie ab verlangen wir müssen uns erstmal im stil so ein bisschen einschwingen hier der informatik 2 ich glaube die tendenz geht zu englisch schauen wir mal egal wenn sich jetzt in dem übungsblatt 0 nicht das fall kontrollsequenz mit z punkt 10 0 impf im zip file befindet dann bin ich ziemlich sicher dass der checker von dennis das zurückweisen wird wenn denn es jetzt irgendwie das gegenteil behaupten will dann soll er jetzt sprechen aber ich bin mir ziemlich sicher dass selbst die file namen innerhalb des zip files irgendwie relevant sind wie das zip file selber heißt ob es super scf heißt oder star wars ben konovi oder yoda punkt zip ist vollkommen egal wir gucken nur in den inhalt des entsprechenden zip files rein und dort müssen die namen stimmen so jetzt ist hier gerade sende pause das haben wir öfter gehabt aber vielleicht ist auch einfach sende pause weil das die informatik 2 ist die meisten von euch die informatik 1 schon mitgemacht haben die ganzen dinge die hier gerade vorgesungen habe sowieso bekannt sind und die meisten sind locker weggenickt hier vielleicht gibt es gar nicht so viel zu erzählen doch da kommt noch einer manuel fragt wird es ein repetitorium geben nein der ersatz des repetitoriums ist die vielen online tutorial sowie der helpdesk den wir jetzt irgendwie neu hinzugeschaltet haben ok bitte benutzt den helpdesk die beiden helpdesk die jeweils pro woche acht stunden aktiv sein werden 16 bis 20 uhr vier stunden mal zwei innerhalb des helpdesk wird nicht ein armer repetitor irgendwie zur verfügung stehen sondern drei oder vier tutorinnen chris ist das richtig ja also deutlich mehr zeit und deutlich mehr woman und manpower die euch zur verfügung steht um repetitoriums artige fragen zu beantworten der helpdesk ist das replacement dafür dann machen wir an der stelle den deckel drauf ich danke euch dass ihr vorbeigeschaut habt in zwei wochen machen wir die zweite runde von den armer ich werde das pfeil heute im laufe des nachmittags kodieren und auch auf youtube hochladen ich würde mich freuen wenn ihr in zwei wochen wieder mit dabei seid ich schätze in zwei wochen können wir auch inhaltlich irgendwie interessantere dinge machen weil einfach jetzt inhaltlich dann in den nächsten tagen auch interessantere dinge auf youtube irgendwie erscheinen werden und in den übungsblättern ich bin gerade jetzt hier wenn wir jetzt gleich hier das video ausschalten mache ich gleich wieder das nächste video zu und die nächsten slides zu den nächsten inhalten da geht es irgendwie um arrays dann geht es irgendwie um binäre suche es geht um o notation und so weiter und wir können ziemlich schnell interessante dinge abtauchen hier an der stelle ich glaube es könnte ziemlich spannend werden im laufe des semesters ich freue mich drauf meine jungs sind nur jungs gerade zur zeit freuen sie auch drauf die tutorinnen und tutoren sind weit über 25 wieder freuen sich ebenfalls drauf ihr seid fast 650 wir sind wieder eine richtig große familie informatik 2 ich hoffe wir können den laden gut zusammenhalten bis ende juli an uns soll es nicht liegen ich danke euch haut rein und wir sehen uns virtuell und vielleicht auch physisch wer weiß im laufe der kommenden wochen und monate take care und macht's gut ich